Wasch, vielleicht gibt's noch mehr Seiten, ich find, ich, das ist jetzt mal echt interessant, da wurde mal ein bisschen näher auf den Marker selbst eingegangen, was das eigentlich genau ist und alles, das ist echt mal interessant sowas, also das waren wohl Anhänger dieser Religion und dass man die Leichen ihnen geben muss, oh, oh nö, ich wusste der kommt zurück, ich hab's gewusst Oh Gott, komm ey Oh Gott Sie sind bereit, nehmen Sie sie an, heißen Sie sie willkommen Was passiert jetzt? Bewegt er sich? Was für ein Mistkerl Wieso hab ich das Gefühl, der Typ wird gleich auferstehen? Genau wie es da beschrieben wurde Ah, jetzt, vielleicht ist dieser Doktor so ein Anhänger davon oder so Muss ich wirklich hier rein? Irgendwie will ich gar nicht Verdammt, der Schleim macht mich langsam mal für die Flucht Verdammt, 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 verdammt Das sind Sicherheitsmaßnahmen, sorry. Ich habe keine Lust, dass sie nachher wieder auferstehen. Ich habe ja oft genug gesehen, wie die Viecher das gemacht haben. Tut mir leid, meine Freunde, du bist eh tot. Also von daher, nur Sicherheitsmaßnahmen. Ich bin nicht so ein brutaler Mensch, wie ihr jetzt alle denken mögt. Ich liebe die Gewalt, ich will alles blutig sehen. Oh Mann. So. Wow. Ah ja. Ja, häng mich hier nur fest, weißt du, ist klar. Ich bin hier gefangen, wegen den Mistviechern. So. Oh Gott. Oh, weg, 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 weg. Stirb. Bam. Nimm das. Oh, ich kann hier nicht mehr gut rennen, das ist nervig. Wow, wow, böse, böse, böse. Kommt her. Kommt her, auf den Boden. Greifer. Wow, nimm, oh. Komm her, komm her. Vielleicht... Dich zerdreht. Oh, oh. Komm her. Treffer. Okay, das war's mit denen. Glaube ich. Ne, irgendwo bewegt sich noch was. Ja, dahin. Okay, das war's mit dir. Schön. Haben wir wenigstens diese Mistviecher auch besiegt. Gott, wie die nerven, dass die sich auch noch teilen müssen und alles. Und dass sie mir auch noch den Weg versperren. Und wenn ich auch ja keine Fluchtmöglichkeit habe. Oh, Mann. Er schreibt mich nie wieder so. Mist, Kerl. Ich hasse es, wenn man mich so erschreckt. Das wissen meine Abonnenten mittlerweile auch. Das sollte man lieber nicht bei mir machen, sonst... Sonst könnte es böse enden. So. So, lass mich raten. Er steht wieder auf. Ich wette, meine Sicherheitsmaßnahmen haben einfach mal nix gebracht und der steht jetzt trotzdem auf. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und... Und ich weiß, dass Sie es interessieren, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navigarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Peilen Sie sich. Okay. Ja, klar. Klar. Ich hasse dieses Monster. Haben wir hier nicht zufälligerweise ein bisschen Sprengstoff hier, das man benutzen könnte? Bitte. Ja, ja, schieß... Ja, schießt mich nur ab. Schießt mich nur ab. Au. Ne, die Waffe ist echt schlecht gegen das Vieh. Ich kann... Ich brauche eine andere. Boah. Au. Auf mit dem Mist. Nein, komm. Au. Ja, klar. Natürlich. Benutze ich dich als Schutzschild? Auch gut. So. Jetzt hol ich die großen Geschütze raus. Von mir aus. Au. Na, wie schmeckt das, hä? Noch mehr. Au. Mal ist das Vieh tot. Gut. Um die Kleinen kann ich mich jetzt mit dem hier kümmern. Aber das große Vieh ist tot. Sehr schön. Gut. So. Töten wir euch, Mistviecher, mal. Bäm. 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 Au. Lass das. Jetzt dreht ich dich kaputt. Tach. Hahaha. So. Update davon, wenn ihr euch mit mir anlegt. Ja. Viel, viel rote Farbe hier. Es sind echte Maler hier am Werk gewesen sein. Maler des Bösen. Das sind mal coole Toiletten. Das sind mal echt stylische Toiletten. Zukunftstoiletten. Hier. Auf der Ishimura. So. Ja. Wie genau komme ich jetzt hier durch? Aha. Okay. Okay. Alles klar. Dann auf nach unten. Auf nach unten. Ich muss sagen, jetzt zieht das Spiel wirklich ziemlich in seinem Bann. Das ist echt spannend. Im Moment. So. Das Medipack. Sehr schön. Der Typ hat... Die Lebenserhaltungssysteme im Schlaf. Block B wurden aufgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Pff. Oh Gott. Oh Gott. So, ein bisschen speichern. So. Wo müssen wir lang? Hier durch. Der Typ hat irgendwas gesagt von, dass er in der Nähe ist. Wo ist denn der? Wo ist denn der Typ? Oh Mann. Jedes Mal erschreckt mich das Ding. Jedes Mal. Scheiße Ja toll, erstmal nachladen Chillig Nein, nein, nein Komm, komm, komm Schnell Nein, okay Das war's, das war's Verdammt Au Isaac, du musst ja auch nachladen Ne, ich hatte, glaub, die falsche Waffe Okay, ja Ja Sagen wir mal so, ich wollte euch einfach mal die Sterbesequenz zeigen Ich hab ja vorhin was erzählt von, ich will euch alles vom Spiel zeigen, also von daher Das Ganze war natürlich Absicht Natürlich war das Absicht Was ist denn sonst So Ähm Ach nee, mit dem schaffen wir's auch Uh Ne, dem kann man nicht entkommen Den kann man echt nicht entkommen Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Boah, aber ganz knapp geschafft, ey Aber ganz knapp Hättest du mich noch einmal rangezogen, dann wäre ich tot gewesen Gut Vor einem Moment dachte ich schon, wir würden das nicht schaffen, aber da haben wir echt noch mal Glück gehabt Alles nur für dieses Item Wo ist es, wo ist es hier? Für ein bisschen Cash Yay Wie geil Und für diese Tür Und für das, was hier drin ist Plasma-Energie, sehr schön Die wir gerade eben für das Monster aufgebraucht haben Egal Egal, ich will mal nicht rummeckern Türschloss überbrücken Wart mal Das müssen wir doch hier machen Unterziehen Aha Türschloss überbrückt Aktivieren, bitte Äh Und jetzt Keine Ahnung Kill the Monster Ja Wechseln wir mal schön Genau reingelaufen, mein Freund Au Ich wollte eigentlich treten, aber das geht so natürlich auch Hä, war das das Einzige, ich hätte schwören können, da war noch eins dahinter Egal Stuhl weg Du bist mehr im Weg Aha Aha, ja Ach so, ach so, ja Da war das sogar Schön Ähm Okay Oh toll, noch mehr Vakuum Ist da ein Monster hinter mir? Ja Ist das wieder so eine auf Speed? Ich glaub schon Boah, wo, 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 wo? Fehlfuktion der Lebenserhaltungs- und Klimasysteme, Zustand bedrohlich Ja, wuhu! Oh Gott, äh, ich mein, wenn die jetzt auch noch von beiden Seiten mich hier umarmen wollen, ja? Ich mag hier grundsätzlich Umarmungen, aber doch nicht von so vielen. Also echt, die sollen sich mal ein bisschen geregelt hinten anstehen und dann können wir mal schauen, was Sache ist. Oh, vielleicht kümmere ich mich zuerst mal um die Monster, bevor ich gleich zu den nächsten hinlaufe. Bis klar!